Moin Pyros und herzlich willkommen zur Pegasus Triple-Effekt-Fontänen-Batterie von VECO. Bevor ich es vergesse zu sagen, der Hintergrund, die Idee ist von meinem Pyro-Kollegen Pyro-Bunker. Grüße gehen raus, mein Bester. 3,99 Euro dieses Jahr beim Aldi. Hat auch nicht mehr diesen Plastikdeckel. So, 55 Sekunden Brenndauer, 4 Meter Effekthöhe und ein Kaliber von 25 Millimeter. Eigentlich immer recht gut für den Preis. Kann man mal mitnehmen. Wie gesagt, nicht lange drum herumlabern. Wir gehen rein. Let's go. So, jetzt die Pegasus von VECO. Schöne Fontäne für 4 Euro. Kann man immer mal mitnehmen. 4 Euro. 4 Euro. 5 Euro. 5 Euro. 5 Euro. 5 Euro. für 4 Euro wirklich geisteskrank